Aaaaaaah! Und eine Menge Wachen aufgestellt. Seien Sie vorsichtig 47. Wie soll ich vorgehen? Der Zugang zum oberen Viertel ist nur VIPs gestattet. Sie werden einen Passierschein oder eine Milizrüstung brauchen. Verstehe. Ich melde mich, wenn der Auftrag erfüllt ist. Over and out. Halt! Was denn? Du kommst hier nicht rein, mein Junge. Warum nicht? So abgerissen, wie du aussiehst, machst du hier bestimmt nur Ärger. Ich habe einen Passierschein. Tatsächlich? Ihr! Ähm... Na geh schon rein, bevor ich es mir anders überlege. Danke, Bro. Hey du! Wo finde ich das Oberöfen? Hast du keine Manieren? Ist ja ekelhaft! Ewig dieses dreckige Gesindel. Hast du keine Arbeit, wo du jetzt sein müsstest? Aber ich glaube so einen runtergekommenen wie du... Aaaaaah! Halt! Nur Bürger der Stadt und Truppen des Königs kommen ins obere Viertel. Ich bin ein angesehener Bürger von Korines. Lass mich durch. Du kannst reingehen. Mein Koordinat nach müssten sie jetzt vor Fernandos Haus stehen. Korrekt. Aber es ist stark bewacht. Versuchen sie die Wache abzulenken. So gelangen sie in die Villa. Ja. Ey Leute. Ähm. Wer T-Shirt konntest auf den Tempelplatz mit Nadja? Was? Nichts wie hier ist das? Du bist auch auf der heutigen halbe Ewigkeit. Moment mal Freundchen. Wer bist du? Ähm. Na dein Kollege der unten Wache hält. Sag mal. Willst du mich verarschen? Der Typ hatte doch Haar auf dem Kopf. Ja. Ich hab sie geschnitten. Ist bequimmer so. Hm. Ja stimmt. Na gut. Dann mal rein mit dir. Auftrag ausgeführt, Diana. Sehr gut. 47. Die Erzüberweisung ist bereits erfolgt. Verschwinden sie von dort. Ich melde mich bei ihnen, wenn es einen neuen Auftrag gibt. Ich marche mal mit. Was. 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 Untertitelung des ZDF, 2020